Der Jaguar hat ja scharfe Zähne, ne? Der Jaguar hat scharfe Zähne und scharfe Krallen. Vorne sehr kräftig, damit er in das Erntegut hereinstürzt. Das ist ein Raubtier, der richtig was wegfrenzt, aber der dynamisch ist und der trotzdem gut aussieht. Es gibt eine ganze Menge Landwirte, die müssen ihre Kühe füttern und dieses Grundfutter muss geerntet werden. Der Mais, so wie der hier angebaut wurde, war der unwahrscheinlich ergiebig im Futterwert. Nur eben die Ernte, das war noch ein Problem. Der Mais kam aus der Region des Äquators Richtung Norden und dann war auch entsprechende Technologie erforderlich, um diese neuen Früchte hier in Europa auch ernten zu können. Als Erntenspezialist hat man natürlich in dem Moment erkannt, dass auch hier technische Hilfen bei der Ernte erforderlich sind. Die Geschichte des Jaguars begann hier im Schwäbischen und zwar bei einem Häckslerspezialisten, das ist die Firma Speiser. Und die Leute haben seit Jahr und Tag nichts anderes gemacht, als irgendetwas gehäckselt. Früher wurde ja viel mit Traktoren über welche Arbeitsgeräte gezogen, Mähdrescher, Pressen und auch Anbauhäcksler. Dann hatte man sich überlegt, ob man sich einen selbstfahrenden Feldhäcksler baut. Manche Maschinen sehen einfach aus, aber sind es nicht. Und der Häcksler ist alles andere als einfach. Er muss ein Schneidwerk haben, was nahezu alles klein kriegt. Und da hat man sich dann den Hasenwinkel entschieden, diese Unternehmensspeise zu erwerben. Es war so, dass der Gebietsvertreter von der Firma Klaas, der Herr Herrebert Hellmich, sagte, wir müssen für den Markt einen selbstfahrenden Maishäcksler haben. Aber Klaas will nicht so richtig daran. Und eines Tages machte Herr Hellmich einen sehr, sehr alten SF und einen, ich sage mal, Schrottreifen Jaguar zwei Reihen mit Maisgebiss. Einen Speiser. Daraus haben wir den ersten selbstfahrenden Hecksler gebaut. Er war verbesserungswürdig, aber er machte schon auf sich aufmerksam. Und dann im zweiten Jahr haben wir gesagt zur Maisernte, jetzt machen wir etwas Besseres. Und den haben wir dann Imperator getauft. Es wurde die gezogene Maschine genommen. Es wurden Komponenten vom Mähdrescher genommen, Triebachsen, alles vom Mähdrescher. Die Komponenten wurden praktisch nur zusammengeschoben und dann wurde ein Antriebsriemen dazwischen gebaut. So einfach hat man sich damals gemacht und so schnell ging auch die erste Entwicklung. Das war damals ein Einstiegmodell, dass wir einen selbstfahrenden Hecksler hatten mit allerhand Kompromissen. Und ich weiß noch einen Abend, da hat uns der Lohnunternehmer noch eingeladen zu einem Kamingespräch. Was wollt ihr mit diesem Stoppelhopser, sagt er, was wollt ihr damit auf dem großen Heckslermarkt machen? Das kann nicht die Lösung sein. Wir müssen wirklich einen selbstfahrenden Hecksler entwickeln, also mit eigenen Komponenten, mit eigenem Fahrzeug, was auf einen Hecksler zugeschnitten ist. Der Lohnunternehmer hatte recht, er hatte wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Mit diesem Hecksler waren wir langfristig nicht wettbewerbsfähig. Der große Erfolg von Klaas, wir haben leistungsfähigen Selbstfahrer hingestellt. Zugehört, aufgenommen, umgesetzt und eine qualifizierte Maschine hingestellt. Als ich das erste Mal den Jaguar gesehen habe, da war es ja doch ein Jaguar 70. Also eine relativ, na, unschöne Maschine. Der Motor saß einseitig drauf, da war keine Kabine drauf. Also war eine relativ unschöne Maschine, die gerade mal häckseln konnte. Nach sechs, sieben Jahren war eigentlich der Bedarf dafür da, nochmal wieder neu anzufangen. Eine ganz neue Baureihe, aber eine Baureihe aus einem Guss. Weniger Kraftstoffverbrauch pro Tonne Heckslut und den Wartungsaufwand reduzieren. Das sind die zwei größten Punkte. Die Stammmannschaft Jaguar waren damals drei Leutchen. Und dann durfte ich auch den Hauptentwurf machen für die 600er Familie. Wir waren ein, man sagt so, eingeschweißtes Team. Die Konstruktion mit der Werkstatt, das ging Hand in Hand. Dann merkte man ganz deutlich, jetzt ist uns der große Wurf geglückt. Und dann so in dem Jahr 1990, 92, 93, 94, da wurde entwickelt und ein komplett neues Jagorkonzept auf die Beine gestellt. Und die Kunden, die standen da, meine Güte, was ist denn das für ein Häckser? Motor hinten quer aufgebaut, gar kein Winkelgetriebe mehr. Ein großer Kahlriemen von hinten bis vorne auf die Häckselaggregate. Die Motorluft wurde von oben angesorgt und wurde dann hinten über dem Motor ausgeblasen. Wir sind seit den 70er Jahren nicht mehr der reine Mähdrescherhersteller, sondern wir haben uns durch das Produkt Klaas Jaguar hinentwickelt zu einem Erntespezialisten. Wir haben in den vergangenen Jahren immer kontinuierlich die Produktionszahlen auch steigern können. Der Klaas Jaguar ist ja der Mercedes unter den Landmaschinen. Und wenn einer einen Jaguar fährt, dann fährt er die beste Maschine, die es gibt auf dem Markt. So ein bisschen nervt einen das, wenn man sieht, die bauen jetzt alles nach, bauen jetzt alles nach. Aber wenn wir Neuentwicklungen machen, dann merken wir immer wieder, die bauen immer nur das nach, was wir schon wieder in die Schublade legen. Jeder zweite selbstfahrende Feldhäcksler auf der Welt ist ein Klaas Jaguar. Der Jaguar ist intelligent, stark, schnell. Das Gefühl, als Fahrer auf einem Jaguar zu sitzen, ist das Gefühl, eine riesige Raubkatze mit zwei Händen zu steuern, ist ein überwältigendes, leidenschaftliches, tolles Gefühl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017